Ja, also hier ist Holger, ich fahre jetzt gerade mit O6 in die grelle Forelle und das mache ich nur für euch, um euch zu zeigen, wie man da hinkommt. Außer mit dem Taxi. Jetzt habe ich schon gerade den Technical Rider von Steve Lawler bekommen. Der ist ein bisschen umfangreich, also er muss wirklich was können. Und ich habe hier meinen Resident-DJ hört, damit er mir das übersetzt. Vom Fach Chinesisch im Drag Chinesisch. Zurück bleiben bitte. So, jetzt am 6.6. in der grellen Forelle reist man mit der U6 an. Aussteigen tut man hier bei der Spitte Lauf. Ich ziehe jetzt die Brücke nicht bis zum Ende gehen, weil dann ist man auf der anderen Seite ein bisschen drüber rein, sondern hier nach links mit dem Lift runter. Bis zum nächsten Mal.